Es ist mir gerade mal egal mit dem... mit dem Cocktail. Komm schon. So, Battle. Und dann Gust. Und da ist es einfach niedergestückelt. Fast gar nicht. Fuck. Watergun. Sprittelstimme ich gerade an hier. Dann machen wir einfach mal Mud Slap. Was sagst du dazu, du Sack? Ja, ja, ganz schön brutal, ne? Ich weiß. Oh, nichts. Nicht, weil ich glaube nicht, dass ich hier in der Höhle einfach nur noch Nemesis benutzen sollte. Und nicht irgendwie meine anderen Perkimen öpfern sollte. Meine Pokémin. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Grohl. Ja, sehr schön. Sehr schön. Hat nämlich eh so lange gedauert, die Kacke. Ja, greifen wir zu Nemesis. Greifen wir einfach zu Nemesis. Wir wissen, es läuft. Es ist gut. Fertig. So. Ja, ja, ja. Mach doch. Mach doch. Bringt eh nichts. Leck. Lecken wir es in den Tod. Hört sich für Frauen vielleicht gar nicht so schlimm an, aber naja. So, Critical sogar. Hui. Larry Slowpoke faintet. Und. Irgendjemand ist doch bestimmt Level up, oder? Oder, oder, oder. Oder. Ah, es haben vier. Aha. Vier Leute gefightet. Ach, er hat noch eins. Ne, hat er nicht. Ne, drei Pokémon haben gekämpft. Oh, mein pure Pokémon. Ja, jetzt haben wir nicht gegen mich gekämpft sollen, du Affenhoden. Da hinten ist ein Ausgang, Leute. Da hinten ist ein Ausgang. Oh ja. Ah, 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 ah. Ist mir egal. Ich glaube, da jetzt ein Pokémon, weil der oben links ist. 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 Der ist ja nicht. Das heißt, ich habe noch kein Bums gefangen. Noch kein, ähm, noch kein Zubat. Ja, flippt doch nicht so aus immer. Ach, komm, dann soll ich jetzt noch kurz. Da jetzt zum Ausgang oder, oder, oder aus, oder die Leiter darunter. Ich nehme an, ich nehme an, dass der Kerl da hinten, der steht genau vom Ausgang, der sagt dann irgendwie, oh ne, der steht am Ausgang. Ja, der sagt dann irgendwie sowas wie, ja, 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 Moment mal, du musst erst den Leiter rum und runter und links und rechts, bevor du irgendwas machen darfst. Oh, Nix, ich habe dich doch schon, ich habe dich doch schon, du kleiner Schnuckiputz. Oh, das Rennen geht echt gut gerade, wobei ich ja meine Viecher auch eigentlich aufleveln sollte. Hoppala. Baby found awakening. Baby's starting in a Madison Pocket. Ich habe unterschiedliche, äh, Pockets. Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ja, komm, den Kampf mache ich jetzt auf jeden Fall. So. Ähm, ja, wechseln wir einfach mal zu Wallin. Weil Ach, ich wollte doch noch gucken, ob, ähm, ob, äh, ne, ne, ob, ähm, ja, ob Mr. Martin, so, jetzt, ob Sir, Sir Martin die Ding lernen kann, diese Attacke Ember oder was das war. Ne, nicht Ember, habe ich ja gerade eben das gemacht. Ähm, Mud Slap. Mut schlapp. Boom. Kaputt. Sag mir jetzt, nirgends, dass du doch überlebst, du, depp. It's not very effective. What? Ja, mach doch deine Kacke hier. Defense Curl. Ich mach gleich noch Curling mit deinem Kopf, mein Freund. So. Jetzt fackel da aber ab. Außer ich schieße meinen Flammenball daneben. Aber nein. Aber nein. Meine Glutbell-Ball-Ding hat voll gesessen. So. Schauen wir mal, wer hier Level Up geworden ist. Gar keiner. Schade. Good job, Walden, come back. So. Schauen wir einfach mal. Ähm. Use. Unable. Och, Martin. Martin, what's that? Martin weigert sich einfach, das zu lernen. So, du sag, komm mal her mit deinen komischen Unterhosen. Ach. If it's light, a cave isn't scary. If you're strong, Pokemon aren't scary. If you got pants, nothing is scary. Okay. Na, komm her, du Sack. Ein, ein licherliches, ein Wulpix. Och, Gott, wie süß. Och, Gott, oh, Gott. Oh, Walden, machen wir es schnell, kurz und schmerzlos, schnell und herzlos. Einfach abfackeln. Wulpix ist nicht dieses Viech, das sich irgendwie in mehrere Sachen verwandeln kann. Och, komm, du kannst auch Feuer attacken. Sack. Du bist ein Sack. Curry macht zwar nichts aus, denn ich bin ein Pokemon. mit Feueraspekt und so, lalalala, egal. Machen wir einfach mal Quick Attack. Hauen wir mal eine Quick Attack rein. Jetzt wo ich weiß, dass ich dem Viechen mit Feuerattacken eh nicht viel abhaben kann oder anhaben kann. Und es ist nicht... Ne? Ja, ja, macht es doch. Das kann ich locker ab hier, mein Freund. Gar kein Problem. So. Jetzt ein stückliches Kackvieh. Ganz gemütlich hier mit meiner Quick Attack. Und da kommt sie schon. Batsch. Weg, weg, gefistet. Wallen, fast Level Up. Und Martin ist bestimmt dann Level Up. Oder wie weit war Wallen? Ah, okay. Martin war nicht so weit. Welcome back. Ich gucke jetzt raus. Flash! Ich gucke jetzt raus und gucke, ähm... Ob die Stadt in der Nähe ist. Wenn ja, gehe ich kurz die Stadt. Wenn nicht... Oh. Ich gucke jetzt raus. Ich gucke jetzt raus. Ich gucke jetzt raus. Und warum mache ich das immer? Das ist auf dem Mausrad. Ich drücke aufs Mausrad drauf. Ich weiß nicht, warum. Egal. Anthony. Anthony will immer hart in die Eier was hier gekommen. Und zwar Sir Martin. Bam, bam, bam. Okay. Ich gucke jetzt davon reinpusten. Ähm... Komm, Wallen. Ich will jetzt kurz und schmerzlose Kämpfe sehen hier. Come back. Vor allem ist Wallen noch gleich Level 15. Das will ich jetzt noch unbedingt sehen. Danach ist Wallen erstmal wieder auf der... Auf der Ersatzbank. Und... Ich merke gerade was richtig Ekelhaftes. Um euch einfach mal zu sagen, wie sehr ich schwitze. Ich habe gerade eben kurz meinen Arm bewegt. Mein Mausarm. Also meine Arme liegen auf dem Tisch. Fast der... Naja, der halbe Unterarm. Und ich bin kurz rüber und bin wie so geschwommen. Auf meinem Schweiß. Widerlich. Wie? Ich bin ein ekliges Schwein. Bäh. So. Ist halt so, wenn man dann 45 Minuten hier schon so hockt am Stück. Und dann einfach die ganze Zeit in seinem... Wie bitte? Ich philosophiere gerade über meinen Schweißausstoß. Und dann sowas. Nemesis. Soul in the Sack. Komm. Nemesis Ableck ist auch gesagt. Ja, komm. Nemesis ist auch gleich Level Up. Dann darf Nemesis den Level Up hier einstreichen. Scheiß. Die Wand an. Oh. Ferkel. Ey. Ey. Macht der Hund uns hier gerade down? Oh. 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 Ähm. So. Ja. Machen wir mal eine Fly Attack. Gucken wir mal kurz. Oh. Scheiße. Ich verrecke hier. Ich verrecke in der Fight. Ja. Oh shit. Und ich hab mich gespeichert. Acht Jahre lang. Ich muss alles nochmal machen. Killer. Killer. Ich kann nichts machen um den herannahenden Tod aufzuhalten. Außer es vielleicht zerstören. Oh. Scheiße. Und dann macht er wieder Rock Throw. Ist aber auch bitter. Die ganze Zeit machen die irgendwelche unterschiedlichen Kack-Attacken. Ach. Was ist. Nicht anpinkeln und sowas. Und jetzt macht er sowas. Komm. Immer die gleiche Attacke. Martin ist die letzte Hoffnung. Hab ich irgendwas zum reviven, um mein totes Pokémon zu reviven? Hab ich, glaube ich. Das ist unsere Chance. Das ist jetzt unsere Chance. Oh, what? Nee. Powers of Grass. Hab ich nicht. Oh, 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 scheiße. La, 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 la. Das ist jetzt eine ganz, ganz bittere Pille für mich. Wenn in dieser Kampf wird hier nicht in den Arsch gehen, hier. Scheiße. It's not very effective. Ja, dann mach weiter mit deinem Kack, dass ich das noch schlagen kann, hier. Das Kackvieh. Hat er nur eins dabei? Nee, das mehrere. Ja, das mehrere. Oh, oh. Ah, du Dipp. Ich sehe der Gefahr ins Auge und attackiere weiter. Ah, scheiß. Die Wandern, dass Martin nur diese Pimmelattacke da kann. Egal. Hidden Power. Weiter. Das Vieh kriegen wir noch down, Martin. Das kriegen wir noch down. Ja, mach deinen Rockthrow kack. Tackle? Ah. Oh, oh. Wir kämpfen jetzt wirklich mit allen Mitteln. Ach so. Ah, ja. Ja. Äh, 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 äh. Oh, Martin ist noch nicht mal ganz aufgeladen. Scheiß, die Wandern. Und dann macht er Rockthrow. Oh, fuck. Ich möchte der Zerstörung entgehen. Ah, Mudspot. Okay, okay. Gut. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Also, wenn... Ich will einfach nochmal auch mal sehen, was für Erfahrungen ich jetzt bekomme, wenn ich das Vieh jetzt hier zerstücke. Ja, tackle mich zu Tode. Egal. Komm schon. Ah, wie langsam das aber auch geht, das ist bitter. Wenn Martin wenigstens tackle könnte oder irgendwas. Äh, 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 äh. Komm schon. Wenn es jetzt nicht down ist, dann kotze ich. Ah. A critical. Ja. Achtung, jetzt Level, Level 40. Nein. Scheiße. Was hat er jetzt? Oh, Macholo. Mach, mach, mach Pipi. Schauen wir mal, was wir gegen das Viech ausrichten können. Okay. Gucken wir mal, gucken wir mal. Oh oh, Karate Kick. Oh oh, ich glaube, Martin kriegt auf die Fresse. Ah. Mal gucken, mal gucken, was es jetzt hier, diese Attacke hier bringt. Oh oh oh, wow. Es hat so viel gebracht. Oh shit. Oh shit. Oh oh oh, fuck. Oh, ich werde sowas von niedergehen. Ich werde nieder... Oh. Und dann kriegt er noch ein Critical hin. Ich fass das nicht. Und. Da bin ich down. Scheiß, die Wand an. Oh. Jetzt werde ich doch bewusst los, ne? You have run out of Pokemon. You will be brought to the nearest Pokemon. Sender the per per infer... Gibt's... Wo ist denn hier? Wo ist denn hier diese Statistik? Wo man jetzt dann sieht, wie oft man verreckt ist. Gibt es hier überhaupt? Ach, man wird so oder so zurückgesetzt, oder was? Reset all options. Das ist nichts, was ich will. Steht hier irgendwo? Ach, das steht hier gar nicht... Das steht ja gar nicht dabei. Oder ist das jetzt der Speichelpunkt, wo ich hier vorhin gespeichert habe? Kann sogar hinkommen. So, mal gucken, ob er fighten will. Ne. Hä? Auch gut, wenn es hier keine Statistik gibt, dann scheiß ich trupp die Scheiß trupp. Ich muss den Scheißweg eh nochmal laufen. Ach. Ach. Solange es nicht so wie bei San Andreas ist, oder was weiß ich, oder bei The Last of Us, wo man dann einfach in der Statistik da steht, dass man verreckt ist. Dann ist man das Bumms. Weggerannt. La, 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 la. Dann kann ich jetzt auch mal direkt die Kackeleiter da hochgehen. Und gucken, was da los ist. Ach. Komm schon. Oh, I see what appeared. Ah, das hab ich ja noch nicht. Das hab ich ja noch nicht. Dann muss Nemethes mal ran. Oh oh, schon 16.03. Scheiße, jetzt muss ich aber auch gleich weg. Das fang ich aber noch. Das Viech fang ich noch, das weiß ich. Ja, saug mir das Leben aus. Sack. So, battle. Lick. Gonna lick you. Und... Ja, da ist es paralysiert. Da ist es gelb angestrullt. Leech life. Es hat sehr effektiv. Der Nemethes hat its energy... Und so. Guck, wie viel das jetzt abzieht. Nicht, dass ich es später komplett kaputthau. Das Vieh. Wenn es jetzt nochmal Leech life macht und ein bisschen was bekommt. Naja. Was soll ich machen? Ja, doch, das geht. Da kann ich noch einmal draufhauen, glaub ich. Und wenn nicht, ist Nemethes wegsendet ab. Ah, perfekt. So, gut. Dann heilen wir uns mal. Ach, heilen wir uns mal. Schmeißen wir mal einen Pokéball drauf. Der letzte Pokéball. Oh, oh. Scheiße, dass ich jetzt nicht in die Stadt gekommen bin. Wenig so einen verkackten Wichser, der da stand. Der eine Scheiße aufs... Was weiß ich. Naja. Dieser kleine Weixer. Er ist ein Wanker. Gotcha. Superboss kocht. Gut. Gut, 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 gut. Da haben wir es zu weit gefangen. Okay. Dann würde ich sagen, dann speichere ich jetzt mal ab. Ja. In die Richtung lau geht es dann. Und ich würde sagen, dann hören wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. So. Dann waiting.